Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Star-Sable-Online-Aufnahme. Und dieses Mal dachte ich mir für den Montag, dass ich so meine SSO-Ideen und Wünsche euch vielleicht mitteile. Ich habe gedacht, ich setze mich einfach mal hier ruhig ans Lagerfeuer, reite mal nicht durch die Gegend, damit wir etwas unsere Ruhe haben und ich meine Sachen vielleicht etwas besser erklären kann. Ich mache das wie immer sehr spontan, also nicht sehr viel mit Planen und sowas. Natürlich habe ich mir die Punkte aufgeschrieben, aber es ist meist bei mir immer alles spontan. Mit der Musik muss ich aber auch noch ein bisschen gucken. Ich habe mir jetzt erstmal die Ideen aufgeschrieben, die mir sofort eingefallen sind. Wahrscheinlich gibt es noch eine Menge andere Ideen, die mir wahrscheinlich erst nach dem Video einfallen werden. Aber das sind jetzt die Ideen, die mir jetzt spontan als allererstes einfallen. Und wenn ihr ab und zu mal vielleicht so im Hintergrund das Rascheln hört, das ist mein Hund. Dann kommen wir aber mit Wunsch oder Idee, eher gesagt Wunsch, eins an mit dem Bosal. Dass das Bosal, was Starshine trägt, ich werde jetzt auch hier mal einblenden, was ich gebastelt habe. Das editiere ich zum Beispiel sehr gerne. Dass das Bosal irgendwann bestimmt in den SSO reinkommt, glaube ich sehr hoch. Also ich denke daran, dass es, also ich glaube, dass es sehr stark daran, dass es reinkommen wird. Weil wir hier auch, wie ihr sehen könnt, den Springsattel von Linda auch bekommen haben. Und es gibt einen in der Grafikabteilung, der es geschafft hat. Und somit glaube ich auch fest daran, dass das Bosal irgendwann einen Weg ins Spiel finden wird. Wann das natürlich kommt, ist eine Sache. Aber ich habe mir echt fest vorgenommen, wenn das Bosal immer draußen ist, werde ich wahrscheinlich nur noch mit dem Bosal rumreiten. Ähm, ob die Dattel, also in Anführungszeichen Dattelgurt oder Voltigiergurt von Tinkan bekommen werden mit diesem Dattelpad. Ähm, wieso nicht, muss ich sagen, ne? Also, ähm, Hund, was machst du da? War gut. Ähm, wieso nicht? Also, ich sag immer noch, bereitet bloß nicht im Relife mit einem Voltigiergurt und, ähm, Steigbügeln und ein Dattelpad nur, weil das irgendwie eine komische Konstruktion ist. Aber, ähm, für SSO im styltechnischen Sinne, wieso nicht? Man darf natürlich nicht alle Sachen im Spiel, auch im Relife, ähm, mitbringen, also nachmachen. Aber, so vom styltechnischen Sachen, mal was anderes aussah, nur Dressursattel und Wässernsattel, finde ich, ist meine willkommene Abwechslung. Also, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Bosal somit auch, ähm, irgendwann ins Spiel kommen wird. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dressur. Dass wir irgendwann Dressur in SSO kriegen, glaube ich fest daran, nur dauert es anscheinend immer noch etwas länger. Ja, ähm, dass das Dressur in SSO möglich ist, äh, weiß ich, da wir auch, ähm, kleine Dressur-Lektionen in Starship Legacy hatten. Bloß, dass unsere liebe Anne ja auch Dressur-Reiterin ist. Und wir hatten auch Frühlingsritt. Das war auch ein Star-Stable, ähm, Spiel. Oh Gott, mein Hund hat mir Sachen geklaut, ich rede trotzdem weiter. Ähm, wir hatten ja den Frühlingsritt als, äh, auch ein Star-Stable-Spiel. Und, äh, da ging es auch um Dressur. Und das war einfach, wir hatten eine Reitbahn. Und da mussten wir einfach gewisse Punkte sozusagen anreiten. Zu den grünen Pfeilen halt. Das kennen wir zum Beispiel vom Fohlentraining. Und, ähm, da hieß es auch einfach links unten in der Ecke, du musst jetzt Schritt reiten. Oder du musst jetzt Galopp reiten. Oder Arbeitsgalopp, schnell Galopp oder anhalten. Ähm, mit Anna hatten wir sowas ähnliches. Da mussten wir halt so gewisse Hufschlagfiguren reiten. Hoffen wir mal, ich blende das hier auch alles ein, damit ihr so eine Vorstellung habt, wie das vielleicht auch hier ein SSO sein könnte. Aber, ich dachte auch erst, okay. Schade, dass wir noch kein Dressur haben. Nur, um Dressur zu lernen, brauchen wir ja nicht unbedingt Anne. Weil Anne ist ja nicht die einzige Dressurreiterin in Star-Stable Online. Aber da Dressur einfach nicht kam, dachte ich mir, okay, vielleicht führen die das wirklich erst ein, wenn Anne wieder da ist. Und Anne haben wir vor mehreren Monaten schon gerettet. Und bis jetzt kam da noch nichts. Ich würde nicht sagen, dass wir Niedriss zu kriegen werden. Ich glaube einfach irgendwie daran, dass SSO da an was bastelt. Vielleicht das anders macht. Und die einfach noch nicht damit zufrieden sind und uns nicht was... Und irgendwie, keine Ahnung, nicht eine halbe Arbeit dahin werfen wollen. Sondern, dass die wirklich da an was Tolles arbeiten und was Schönes bieten wollen. Und deswegen einfach Dressur vielleicht noch gar nicht im Spiel drin ist. Daran glaube ich eher. Also, es wäre merkwürdig, wenn wir Querfeld 1, Western, Trail Rit, Punkte abbreiten. Also, diese Kontrollpunkte, Barrel Racing haben wir auch. Aber kein Dressur? Das glaube ich irgendwie nicht. Wann natürlich Dressur rauskommt, keine Ahnung, Leute. Das können wir nur Star-Stable fragen. Und abwarten. Ich glaube fast irgendwie nicht mehr, dass wir dieses Jahr auf Dressur raufen können. Weil da noch andere Punkte sind, die ich jetzt wichtiger finden würde. Aber mein Gott. SSO überrascht uns immer und immer wieder. Ich sage nur, Golden Hills Überarbeitung. Und dann gefühlt drei Wochen später einfach mal... Vielleicht keine Karte aufrufen. Hier. Erst Golden Hills Überarbeitung. Und dann plötzlich nach drei, vier Wochen die ganze Erntefeldprovinz überarbeitet. Das ist schon ein Brocken. Damit habe ich nicht gerechnet. Und SSO hat ja öfters mal Sachen gemacht, wo man einfach nie mit gerechnet hat. Das ist schon verrückt, ne? Deswegen, lasst uns einfach mal abwarten. Wann Dressur reinkommt? Vielleicht dieses Jahr noch. Oder auch erst vielleicht nächstes Jahr. Wenn wir schon generell bei den Soul Ritern sind. Und meine Wünsche wären, dass es mehr Storyquests gibt. Jetzt heißt es wieder, ja. Aber die müssen auch dran arbeiten. Also, klar, sie müssen dran arbeiten. Dass zum Beispiel, man kann... Es gibt da gewisse Abteilen in der Firma. Manche kümmern sich zum Beispiel um die Pferdegestaltung. Manche konzentrieren sich auf die Storyquestgestaltung. Und immer so weiter. Und dass nicht immer... Immer Storyquests kommen, verstehe ich. Weil... Wenn jeden Mittwoch Storyquests rauskommen würden, dann wären wir so flott fertig. Und das Spiel wäre, keine Ahnung, ruckzuck aus. Was ich mir vielleicht wünschen würde, wäre, dass vielleicht alle zwei Monate oder einmal im Monat ein Storyquestpart rauskommen würde. Sagen wir jetzt einfach mal. Wenn was Questtechnisches rauskommt, dass das nicht so Quests sind wie jetzt zum Beispiel mit James, die man so in einer halben Stunde fertig hat, sondern wirklich mal in einem Stück. Sagen wir jetzt mal, wenn man jetzt in Ruhe durchreitet. Und ich meine, dass man echt in Ruhe durchreitet. Nicht durchherzt und nicht alles durchklickt, sondern einfach in Ruhe durchreitet. Sich alles in Ruhe durchliest, dass man so, keine Ahnung, eine Zeit hat von drei, vier Stunden. Wenn man das Gemütliche angeht. Und dann ist wieder ein Monat Pause von Storyquest oder zwei Monate sogar. Dass so ein großer Batzen immer kommt. Und dann ist wieder länger Pause. Das habe ich sogar lieber, anstatt dass wir gestückelt was kriegen für 30 oder eine Stunde oder so. Und dann nach drei, vier Monaten erst wieder was hören. Das wäre mir vielleicht etwas lieber. Ich weiß, dass wir hatten zum Beispiel, als wir nach Pandoria gegangen sind, zum allerersten Mal. Da hatten wir eine längere Zeit. Ach komm, Ronja, mach Platz. Mein Hund kann sich nicht still hinlegen. Da hatten wir schon eine längere Zeit. Ich will jetzt nicht sagen, dass die ganzen Storyquests alle so schnell fertig waren. Das waren sie nicht. Wir hatten sogar mit der anderen Rettung war sogar so viel, dass sogar in Parts aufgeteilt wurde, was ich gar nicht mehr so schlecht fand. Klar, innerlich dachte ich mir auch, gebt mir alles sofort an einem Tag. Aber ich kann es schon verstehen, dass sie es in Parts aufgeteilt haben. Oh Mann, Wortgulasch. Aber das würde ich mir vielleicht für die Zukunft wünschen, dass es heißt, okay, einmal im Monat bringen wir halt so einen Storyquest-Batzen raus oder alle zwei Monate dafür nur. Und auch generell, wenn neue Quests reinkommen, ist es immer schön, wenn die Sachen zu Ende bringen. Epona gibt es, glaube ich, eine weiterführende Questreihe, die immer noch nicht fertig ist. Wir haben jetzt zum Beispiel auch noch mit Hermann und Hermann haben wir jetzt ja gerettet und Frau X. Es gibt noch andere Teile in Erntefeldprovinz, die auch nicht abgeschlossen sind, wo immer noch rätseln, wann kommt was. Die Kalter fehlen mir irgendwie. Die sind plötzlich einfach verschwunden. Da hat man nie wieder was von ihnen gehört. Es sind schon ein paar offene Sachen, wo ich mir denke, ja, das wäre schön, wenn da jetzt mal wieder was kommen würde oder nicht immer nur so ganz kleine Häppchen und dann nach sechs Monaten hört man wieder was davon oder nach einem halben Jahr. Also, äh, das beste Beispiel war ja immer noch die Hermann-Rettung. Da haben wir ja Uhrzeiten nichts mehr von gehört. Der müsste ja eigentlich schon uralt und ein Rauschebad bekommen haben, wie lange der da bei der GED gehockt hat. Am Ende haben wir ja trotzdem noch gerettet, aber diese langen Zeiten sind so ha, hm. Gut, dafür kriegen wir jeden Mittwoch was. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, weil ich finde, wenn sie Quests rausbringen sollten, dann eben halt nicht nur diese ganz kurzen Sachen wie jetzt mit James. Obwohl James hat auch schon wie eine Stunde gedauert, also wenn man das sich jetzt in Ruhe durchgelesen hat. Und die Tokensuche war ja auch schon, die Tokensuche war zum Beispiel auch wieder was Nettes. Generell, die Tokensuche war wieder was, wo ich lange mit meinen Mädels drangehockt habe und wir saßen wirklich, glaube ich, fast den ganzen Tag dran und haben nach diesen Plüschdrachen gesucht. Klar, wir hätten sagen können, wir machen das jetzt nicht alles an einen Tag, denn hätte es länger gedauert, aber wir waren, fanden das so geil, dass es mal schwerer war, dass wir wirklich es in einem Tag geschafft haben. Und hat auch mega Spaß gemacht und da beschwere ich mich auch nicht, dass ich in einem Tag schon wieder alles durch hatte, aber ich hatte trotzdem mega Spaß und das fand ich auch wieder toll. Das wäre auch cool, wenn dann mal wieder, wenn dann Quests rauskommen, dass man wieder vielleicht ein bisschen mehr kommt. Mit mehr meine ich jetzt nicht eine Stunde, sondern vielleicht mal wieder zwei, drei Stunden und ja, dann wäre ich auch wieder recht zufrieden. Klar, man kann nicht jeden Mittwoch Quests rausbringen, davon rede ich ja nicht, dass jeden Mittwoch Quests rauskommen sollen, aber ich hoffe mal, dass SSU es vielleicht so macht, dass wenn Storyquests kommen, dass man wieder länger dran sitzt und dann vielleicht einen Monat Pause und wieder länger dran sitzt und nicht immer so eine Pause von fast vier oder fünf Monaten, das ist schon, das frisst schon Zeit, finde ich. Aber gut, boah, ich weiß nicht, wie lange dieses Video jetzt wird, ich nehme alles in einen auf. Ich ziehe das jetzt auch durch. So, dann hätte ich eine andere Idee, ähm, die ist ja etwas komplizierter, dafür hole ich jetzt die Karte raus. Generell, ich nenne es jetzt Gebietsquests, wo der ganze Server mithelfen muss. Das kenne ich von einem anderen MMO. Die Sache ist die, stellt euch mal vor, ähm, wir kriegen jetzt dieses Jahr den nächsten Teil von Mistfall. So. Lange ist niemand mehr an diesen Teil von Mistfall gekommen, wir müssten uns durch den Wald sozusagen mit der Axt und der Kettensiegel durchschlagen und, ähm, in diesem Teil hätte schon länger keiner mehr gewohnt, aber manche Dorfbewohner würden gerne aus Dundal ausziehen wollen oder Leute würden halt diesen Teil auch gerne wieder besiedeln. Oder ganz oben. Vielleicht wohnen ja kaum noch Leute, weil er einfach so dicht bewachsen war, was weiß ich nicht. So, jetzt kommt das Beispiel mit dem Server übergreifenden Quests. Jetzt stellt euch mal vor, der ganze Server müsste mitarbeiten, um diesen Wald wieder zu verhübschen. Manche Bäume müssten weg, damit wieder ein Weg entstehen könnte. Die ganzen Dornen müssten weg. Eine ganze Siedlung müsste aufgebaut werden. Ställe, Häuser, vielleicht Läden, Lebensmittel müssten besorgt werden. So was zum Beispiel. Und dann würde jeder Spieler tägliche Quests bekommen. Ähm, Entferne die in die Dornbüsche. Ähm, hol Sand oder bereite einen Weg vor. Ähm, hol Wasser, bau Tränken für die Pferde, hilf beim Stallbau mit, ähm, Hackholz, damit man Holzhütten bauen kann. Und das macht dann jeder Spieler. Jeder Spieler hätte sozusagen diese täglichen Quests. Und dann hätte man, wenn man in diesem Gebiet ist, sozusagen hier oben einen Balken. Und jedes Mal, wenn ein Spieler eine Tick-Tick-Quest abgeschlossen hätte, würde sich sozusagen hier der Balken füllen. Der würde irgendwann voll werden. Und das wäre auf jeden Server wieder unterschiedlich. Auf manchen Servern sind ja mehr Leute, auf manchen sind ja weniger. Ähm, ich hoffe mal, dass zumindest genug auf allen Servern verteilt sind, weil wenn das jetzt so Server sind, die ausgestorben wären, und was es jetzt eigentlich nicht mehr geben sollte, weil Server 1 ja wieder geöffnet wurde, dann sollte es ja kein Problem geben. So, aber dann hätte jeder Server sozusagen seinen eigenen Balken, weil jeder ist ja, keine Ahnung, manche machen ja die täglichen Quests, manche ja nicht, manche sind eher fertig, manche sind nicht eher fertig. Und dann hieß es, wenn der Server diesen Balken voll hat, dann hätten sie dieses Gebiet freigeschaltet. Oh, wir sind bei Halloween-Musik angekommen, höre ich gerade. Wenn dieser Balken sozusagen voll wäre, man würde einfach sagen, es würde jetzt mit dem ganzen Server eine Woche brauchen, wenn alle gemeinsam dran sind und dieses Gebiet aufbauen, dann hätten wir in Mistfall ein zweites, etwas größeres oder großes Dorf halt oder eine Gemeinde oder wie man es auch immer sagen will, mit einem neuen Heimatstall. So, und das würde dann nur funktionieren, wenn der ganze Server halt zusammenhalten würde und eben mal jeder seine täglichen Quests pro Tag macht und dann würde man das irgendwann freischalten. Auf sowas hätte ich auch echt mega Bock. Das macht dann auch wieder Spaß, so Sachen freizuschalten. Das wäre sozusagen, keine Ahnung, dass der ganze Server halt mithelfen müsste, eine Siedlung wieder aufzubauen. Beispiel mit Südhof, das mussten wir alleine machen. Südhof haben wir allein aufgebaut. Sowas in der Art halt nur mit dem ganzen Server dann, wo man dann nach und nach die Gebäude wieder aufbauen müsste oder neu bauen müsste. Das wäre doch auch eine Idee, oder nicht? So, was ich mir noch wünsche in SSO, längere Haare. Ich weiß, es gibt in SSO längere Haarfrisuren, aber nicht mit der neuen Grafik. Wenn sie die alten Haare remaken würden oder auch generell mal Haare bis hier zur Hüfte machen würden, ich würde mich so drüber freuen, weil ich versuche ja, wenn ihr das vielleicht nicht wisst, meinen Charakter immer so zu gestalten, wie ich auch in echt rumlaufe. Der Witz ist, außer jetzt mit der Beanie-Mütze, so reite ich manchmal auch bei mir selber. Ich bin zum Beispiel Herbst, ist meine schwarze Weste an, manchmal auch ein langes Oberteil, dann meine Jeans-Reithose. Es gibt jetzt SSO nicht so zum Beispiel, aber ich habe so eine Jeans-Reithose mit Grips, dann meine braunen Stiefeletten, meine schwarz-roten Handschuhe, ja, ich bin sehr durcheinander. Und ja, in echt habe ich auch lange rote Haare und das schon bis zur Hüfte. Und klar, ich könnte mir jetzt einfach sagen, ich nehme eins der älteren Frisuren, aber ich habe mich so an die neuen Frisuren gewöhnt und die sind auch so wunderschön und ich hätte jetzt schon mal gerne endlich mal eine neuere, längere Haarfrisur mit roten Haaren, weil die letzte, die wir zubekommen haben, war die ganz kurze, jetzt zum Beispiel auch mit der Meerjungfrau-Frisur, diese kurzen, die bunt sind, gibt es ja auch mit allen verschiedenen Farben und es gibt halt mehr Kurzhaarfrisuren irgendwie in SSO, was ich irgendwie etwas schade finde für uns Langhaarige. Es geht mit der Frisur, ich finde sie auch schön, aber ich würde mich natürlich noch freuen, wenn es mal irgendwann längere Haare geben würde. Das hätte jeder was, finde ich. Letzter Punkt ist Wetter. Ich weiß, ich weiß, es wurde angesprochen, es wird erstmal kein Wetter in SSO geben, weil die Begründung wäre, dass es zu doll leckt. Ich weiß, dass viele Spieler nicht den Top-PC haben, aber Leute, wieso kann man ja nicht einfach in Einstellungen gehen, wie in kreativen Modus und dann einen Button setzen, so ein Häkchen, Wetter, ja, nein. Man hätte so viele Möglichkeiten, man könnte sonnige Tage machen, man könnte regen, wolkig und vielleicht kommt dann auch irgendwann wieder der Schnee. Ich bin eigentlich der festen Überzeugung, dass das Winterdorf nur für mehrere Jahre sozusagen eine Art, ähm, wie sagt man das, so eine Art, äh, Entschädigung ist, weil sie vielleicht doch dran arbeiten. Ich glaube trotzdem irgendwie fest daran, mhm, dass wir den Schnee irgendwann zurückkriegen werden und dass das Winterdorf, äh, die längere Zeit erstmal so eine Entschädigung ist. Weil, sagen wir mal so, jedes Jahr wächst das Spieleteam. Man hat neue Möglichkeiten, man kann mehr Sachen machen. Schaut euch das Spiel 2014 an und guckt es euch jetzt an. Da sind so viele neue Möglichkeiten dazukommen. Da glaube ich auch fest daran, dass wir irgendwann auch unseren Schnee wieder zurückkriegen. Und dass das Winterdorf erstmal, fürs Erste sozusagen, eine Entschädigung ist. Und somit zum Beispiel auch mit dem Wetter. Weil, wir leben hier auf einer Insel, heißt es ja, eine große Insel. Und eine Küste müsste ja eigentlich vom Wetterklima her auch öfters mal Stürme geben. Schaut euch mal vor, äh, im Herbst gibt es vielleicht, einmal im Monat einen fetten Sturm oder so. Und, äh, das könnte man auch einschalten, ob man das haben möchte oder nicht. Oder es wäre ein Update für so eine, für eine gewisse Zeit. Und dann müsste man Jorvik in allen Gebieten helfen, zu sagen, Sachen wieder aufbauen, den Strand säubern, wegen diesem großen Sturm. das wäre auch wieder eine nette Quest-Idee, weil, kommt, Leute, ihr wisst ja mal, wie es an den Küsten ist. Da kann es manchmal echt stürmisch werden, oder nicht? Also, mir kann keiner sagen, dass am Stränden und Küsten immer schön Wetter ist und es immer sonnig ist. Also, da müsste es ja ab und zu mal schon Stürme geben. Und sei es nur, dass man das im Herbst einbaut oder im, keine Ahnung, späten Sommer vielleicht mal, damit das nicht zu oft ist, wäre aber auch trotzdem eine nette Idee, oder? Oh Gott, jetzt will ich, oh, 21 Minuten habe ich gelabert. Also, Pi mal Daumen. Ui, gar nicht mal so schlecht. Ich dachte, ich hätte schon mindestens fast über 30 Minuten euch die Ohren zugelabert. Das waren meine Ideen, die mir jetzt so auf den ersten Moment einfallen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, welche Ideen habt ihr noch? Welche Ideen würdet ihr mir zustimmen oder vielleicht nicht, so was ihr nicht so schön findet? Schreibt es mir einfach in den Kommentaren und lasst es mich wissen. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Star-Sable-Online-Video wieder. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!